Hallöchen, meine lieben Freunde. Wir sind bei einer, ja, ich kann sie bis jetzt noch nicht ganz gut einschätzen, warnende Trommelmission Nummer 31. Also, easy, easy wird sie vielleicht nicht, aber wir haben es jetzt schon, das Schwierigste haben wir jetzt einfach schon, 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 schon geschafft. Das muss man, das muss man ganz klar so sagen. Das Schwierigste haben wir schon geschafft. Steinversorgung ist auch ordentlich. Wirklich, wirklich, nicht beschweren. Ich muss mir noch mal überlegen, wie ich das jetzt hier innen drin noch am besten gestalte. Bis jetzt hat der Wolf noch gar keinen Angriff gestartet, also gar keinen. Ich weiß nicht, ob der sich noch aufbauen möchte. Aber eigentlich eine hervorragende Wirtschaft. Oh Gott, das wird noch ein Albtraum, die zu besiegen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ich weiß nicht, wie ein Albtraum, so, warte mal. Ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Also, ich hoffe, dass wir wirklich schnell wieder Nahrung reinkommen. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ihr habt nicht genügend Güter. So, Hopfen. 38, gut. Wir haben Hopfen. Hier passt die Mühle hin. Das heißt, die kann weg. Und hier setzt sich noch eine hin. Und hier. Dann können wir jetzt nochmal drei von diesen Hopfensachen hin. Und drei schenken. Für die Bevölkerung soll das reichen. Das heißt, wir bekommen jetzt immer hier auch noch einen ordentlichen Schub Beliebtheit dazu. Und dann können wir Steuern nehmen. Oh, sagst du. Keine Veränderung in der Schachterfahndermalung. 69, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, damit kann ich doch schon mal was anfangen. Mit genügend berittenen Bogenschützen, liebe Leute, werden wir den Wolf auch schon platt machen. Wenn ich da einfach 200, 300 zusammenstelle, dann können wir den hier, glaube ich, noch vergleichsweise am einfachsten hier legen. Aber die KIs sind nicht dumm, weil die auch schon wieder an beiden Seiten offen sind. Und da muss man auch ganz klar sagen. Nicht dumm, nicht dumm, nicht dumm. Halum, Nasehav. Nasehav, Halum. Hier, ich kann ja sogar nochmal hier, wenn wir den Stapel uns mal auf den Ständen stellen. So ein verschwändeter Platz hier, ne? Kann ich das einfach so sagen. Kann ich da mal so ein bisschen annähern. Hm? Ich nehme mal drei Stück. Wo will ich den denn als erstes hinhaben? Hier, der hier. Der kann sich nicht richtig aufbauen. Ich glaube, den kann ich am einfachsten vernichten. Wieso überleben die Kerle da? Wie können wir helfen? Das ist ein Mangeschussfeld. Scheinbar nicht. Aber ich bin im Schussverlieren. Nice. Feuer. Der kommt an. Ja, hat gerade getroffen. Der Stein hat einen hier von hier oben weggeballert. Unfassbar, ey. Unfassbar. Unfassbar. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Na, das Ding schießt ja jetzt zurück, ne? Ich mach den mal kaputt. Gut so. Wo ist denn sein Kornspirier? Das ist die Waffenkammer. Das wäre auch schon teuer, ne? Das ist kaputt. Trabag bereit, Sire. Nice. Das ist kaputt. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist bere... Eine Nachricht vom Wolf. Dafür werde ich mich rächen. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Trabag bereit, Sire. Vielleicht kann ich auch einen hier auf die Waffenkammern setzen. Flugbahn ist berechnet. Oh, der ist weg. Sehr schön, sehr schön. Flugbahn ist berechnet. Ja, nice. Ah, da setzt er jetzt halt immer wieder neu hin, ne? Muss man ganz klar sagen. Da kommen jetzt immer wieder neue. Wenn ich übrigens nachher oder später ein bisschen euphorisch werde, ich fahre es daran, dass ich mir seit ungefähr 20 Millionen Jahren immer wieder was zu trinken geholt habe, wo ein bisschen Alkohol drin ist. Und zwar Salitos. Das schmeckt so stelle ich mir einen Alkoholpop vor. 6 Prozent. Das sind Alba-Liter. Also wenn ich hier nachher ein bisschen betrunken rüberkomme, weil dann ist so, wenn das liegt. Sehr schön. Hier machen wir Fortschritte. Den mache ich als erstes alle. Der ist... Ja, die sind natürlich total im Nachteil, was man sonst da sagen. Bier. Die Macherei läuft hervorragend. Ich kann dich nicht beschweren. Es läuft. Gut. Also das Geheimnis... Wenn ich eins hier festlegen müsste, liebe Leute, dann wäre das Geheimnis wohl jenes, dass ich sagen würde, man muss hier wirklich... eigentlich alles, was man hier machen muss, ist so zu bauen, dass man nicht unter den Mangenbeschuss am Anfang leidet. Aber das kennen wir ja mittlerweile auch. Seit der Mission mit den beiden Schweinen. Wir wissen, wie ätzend es ist. Und wenn ich eigenhändig die Mauert eures Schlosses... Wie ätzend es ist. Ich hole mir euren Kopf. Das ist wahre Machen. Was ist denn nicht mehr? Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Passt nicht mehr. Ich bräuchte mehr Platz im Vorratslager. Oh, wir haben hier zu viele. Seht ihr das? Die sind wir weg. Was ist das nicht von Vorteil? Die sind wir weg. Der Vorratslager. Wie können die die treffen? Der Hopfen. Dann macht er... Haut er ordentlich rein. Hopfen, haut rein. Ja, ist ja schön. Irgendwie schaffen sie es nicht, hier ihre Wirtschaft richtig anzukurbeln. Das ist jetzt schon an den Leuten, an Einheiten, die ich hier habe. Nein, ah, fuck. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Okay. Smokum. Schick die nochmal hier hin. Ach, Holz habe ich auch so viel. Da sind wir eine an. Und Mehl auch. Hier müsste noch eine hin gehen. Ich habe schon noch ein Stück. So. 115. Speichern. Speichern. traume. In канал, bis zu uns. 살 geinigung. Well, du musst das durch Deliver. Dieou teich noch. Spiel aus. Und. Ich ball hi. Ich sorge dafür, dass die einfach, dass es geschlossen ist. Tore dürfen nicht auf sein. Okay, das funktioniert. Dann hole ich mir mal ein paar Samurais. Dann mache ich den jetzt schon mal platt. So, fokussiert mal. Den Angriff hier hin. Ich brauche jetzt noch mal ein paar Fackelmans. Ich will mir das dazu buddeln. So. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Der Bergfried ist komplett. Ach, hier kommt schon rein. Lol. Halleluja. Erste Wolf ist Geschichte. So, die kann ich jetzt hier noch sammeln und die hier. Oha, gute. Fackelt das mal ab. Die sammle ich jetzt mal weiter hier. Alles weg, bitte. So, auflösen. Auflösen. Aufweisen. Okay. Weizenproduktion läuft auf jeden Fall. Steinproduktion auch. Na gut. Liebe Leute, ich mache hier Pause. Es läuft bei uns. Es läuft. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier weiter mit Let's Play Stronghold Crusader. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.